moin moin und hallo herzlich willkommen zu neuen coolen unboxing video von mir für euch und zwar habe ich mir was geholt das ist was cooles das ist ein bremssattel lack set das heißt also ein bremssattel wo die brems die bremsbeläge drin sind der guckt ja immer wenn ihr eine felge habt die speichen hat die aluminium zum beispiel ist oder magnesium ist da guckt die dann dazu durch und sie rostet nicht da vor sich hin aber sie wird vollgesuppt von der bremsflüssigkeit von der bremsstaub immer und um diese vor verschleiß etwas zu schützen dachte ich mir wir können den mal lackieren und der nebeneffekt ist natürlich es könnte cool aussehen dann habe ich mich für das hier entschieden was ist ein set komplett in ein und es ist zum pinseln nicht zum sprayen weil beim sprayen ist das problem ihr müsstet den bremssattel abbauen das wird natürlich dann natürlich ein besseres ergebnis bringen ohne frage aber danach müsst ihr entlüften wieder einbrennen die gefahr ist dass euch die bremsschläuche eventuell dabei ein bisschen schaden nehmen oder so deshalb pinseln ist die erste wahl finde ich jetzt weil sie erstens einfach ist und zweitens auch sehr gut rauskommt oder durchkommt so was ist denn in diesem zartel break a lip a lack set dabei hier soll alles dabei sein was wir brauchen das einzige was ich nicht sehe ist abklebematerial kreppband das pinsel was zu mischen drahtbürste händschuhe und das folia deck bremssattel lack zeugs auch dabei es soll für vier bremssättel reichen ich habe jetzt vor immer zwei zu machen das heißt auf der bürgchen vorne das auto dann die zwei vorne dann nächster tag die anderen beiden hinten weil da müssen immer so trocknungszeiten eingereicht werden hier seht ihr die ganzen farben die es gibt ich habe mich für schwarz entschieden ich mag schwarz und hier seht ihr wie wir es dann da machen bremssattel freilegen ein pinseln hier vorher sauber machen ein pinseln fertig aus abschillen lassen zwei stunden dann felge drauf so hier hier oben seht ihr die ganzen farben nochmal wir gucken jetzt mal rein was drin ist wie süß das ist ja ein kleiner schnuckel naja da benutze ich lieber meine eigene das ist jetzt die kleine süße schnuckelige drahtbürste zum zähneputzen dann haben wir hier das scheint der härter zu sein wg k2 zwei komponenten break caliper lack lack härter genau das ist der härter der ist genau auf diese menge an lack sieht aus wie spray das ist bremsenreiniger linie mit dazu okay ich dachte schon bremsenreiniger ist dabei der härter bedienungsanleitung in diversen sprachen verpackungs material der gute alte pinsel sehr günstiger pinsel handschuhe und das war es fast der lack selber hier ist der lack drin 125 milliliter und 50 das heißt also ich meine das war 1,5 zu 2,5 teile lack ein teil härter 125 50 wenn ihr das da rein kippt mischt also nicht da rein sondern extra gefäß rein kippt mischen ist das genau die menge für vier es ist wichtig dass der basis lack und der härter in einem richtigen verhältnis gesetzt wird weil ansonsten kann es dazu kommen dass er erstens nicht aushärtet zweitens zu schnell hart wird drittens brüchig wird oder viertens einfach gar keine verbindung eingeht weil da ihr müsst sehen da sind moleküle drin diese moleküle haben mehrere ärmchen wenn die dann nebeneinander hängen und nehmen sich an die ärmchen und dann bringen die eine richtige struktur rein wenn aber jetzt zu viele von den einen da sind und zu wenig von anderen können sich zu wenig von den beiden molekülen aneinander ketten und deshalb ist es immer ganz wichtig bei lack härter und basis lack die richtige mischung einzuhalten das ist beim richtigen lackieren dann auch noch mit der verdünnung dazu so hier haben wir noch ein pinselchen also so einen spachtel zum um mischen das heißt also hier ist alles dabei was wir brauchen außer was zum abkleben das würde mir das fehlt mir jetzt eigentlich noch weil wir wollen ja nicht unsere komponenten mit lackieren die zum beispiel die die hier zum entlüften die schraube sollten wir nicht mit lackieren oder die die bolzen die 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 bolzen für die schwimmsaftel sollten nicht mit lackiert werden etc naja egal aber trotzdem das haben wir schon ist kein problem kann man extra kaufen also das zeug hier das werden wir jetzt mal ausprobieren wie gesagt ich werde zwei läufe machen das heißt also nicht eins also einfach rein kippen fertig nee 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 wir machen es ein bisschen ein bisschen krasser das heißt es müssen gleich richtig abwägen hier das heißt 2,5 teile lack ein teil härter hier von die hälfte hier von die hälfte dann sollte es ja genau aufgehen wenn wir hier 15 ml drinnen machen wir 25 zu der hälfte von 125 und so das heißt jetzt erstmal räder runter dann bremssattel vorbereiten der muss nicht demontiert werden aber ich werde euch auch zeigen wie man es mit einem demontierten machen kann wenn ihr zum beispiel gerade die bremse macht könnt ihr das gut verbinden das heißt also erst rad demontieren dann bremssattel abschmürgeln danach abkleben das mischen chillpause einlegen damit sich das alles vermischt vermengt in die ersten strukturen bild drauf pinseln oder tupfen ich glaube ich werde lieber tupfen weil wenn man pinsel hat man solche striche immer ne tupfen 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 besser für den afro und dann aushärten lassen zwei stunden räder wieder dran und dann 24 stunden fahrzeug nicht bewegen und bis es richtig ausgeachtet ist sollte so sieben tage keine kein wasser und so weiter gesehen werden so das war es erstmal hier jetzt gehen wir zum fahrzeug nun sind wir schön beim fahrzeug gerade dran ich lasse ich das jetzt mal ein bisschen schneller hier ablaufen weil nämlich wie diese detaillierten auf box sessions stattfinden und wie man reifen abkriegt habe ich schon in anderen videos gezeigt könnt ihr euch gerne auf meinem channel pdp performance reinziehen so wir kommen jetzt zum bremssattel das da ist ein bremssattel die sehen alle etwas ähnlich aus manche haben rillen manche haben schwimmen manche sind so und so und so geformt aber trotzdem sie gucken immer an der seite von der bremsscheibe raus und dieses teil wollen wir gerne mal jetzt schön aussehen lassen dafür haben wir uns ja dieses coole zeugs gekauft das heißt also als erstes müssen wir nun den bremssattel reinigen dies kann man in zwei wege machen entweder ihr demontiert den bremssattel und die beläge oder ihr lasst ihn dran so wie hier zu sehen und geht mit einer drahtbürste schön an die stellen dran wo wo ihr lackieren wollt natürlich solltet ihr in diesem fall die gummidichtungen der schwimmbeläge auslasten ihr solltet nicht die beläge selber an schmürgeln ihr solltet nicht irgendwelche schrauben anschmürgeln die im hinteren bereich des bremssattels zu sehen sind oder die bremsleitung anschmürgeln das solltet ihr alles vermeiden außerdem solltet ihr vielleicht darauf achten dass ihr nicht eure bremsscheibe anschmürgelt das ist auch nicht so der burner also nur an den stellen wo lackiert wird welche sichtbar sind und welche nicht ein sicherheits relevantes bauteil sind denkt euch mal ihr würdet die die verbindung zum beispiel zum entlüften einlackieren danach kriegt ihr das gewinde nicht mehr weg oder das wäre doof naja deshalb also immer schön aufpassen oder demontieren demontieren geht natürlich auch und da könnt ihr sogar auch die bremsleitung dran lassen weil da ist dann sehr wenig wo noch noch schäden verursacht werden können so aber wir sehen hier schön hier läuft gut außerdem ist eine doch recht gute drahtbürste dem set beigelegt damit hätte man das jetzt natürlich auch machen können ich habe das aber jetzt mit meiner lieblings drahtbürste gemacht das ist harry harry die drahtbürste wenn wir dann so weit sind und haben alles schön abgeschmürgelt dann kommen wir zum bremsenreiniger der bremsenreiniger ist dafür da um den schmutz abzutragen und gleichzeitig eine fettfreie fläche zurückzulassen ihr müsst nämlich sehen wir haben jetzt eine raue fläche dadurch ist eine raue fläche entstanden und eine fettfreie fläche dadurch kann der lack nämlich dann auch ganz gut halten so jetzt geht's los die vorbereitungen sind erledigt ja das heißt wir werden jetzt entweder es gibt zwei versionen entweder ihr nehmt den bremssattellack ihr habt einmal den härter und ihr habt einmal den basis lack das sind zwei tun wenn ihr die zusammen kippt mischt gute gute mischung das ist die mischung von 2,5 zu 1 das heißt 2,5 teile lack und ein teil härter möglichst möglichst solltest du den lack vollständig anmischen um mischungsfehler zu verwenden der lack ist für circa zwei stunden verarbeitungsfähig danach beginnt die aushärtung beim anmischen von kleineren männer muss der mischungsverhältnis genauestens eingehalten werden warum weil moleküle sind in den beiden komponenten drin diese moleküle wollen mit einem einen eine freundschaft eingehen mit den anderen molekül also härter und lack und jeder hat sozusagen zwei hände und jeder möchte sich mit dem anderen festhalten aber die wollen nicht gerne mit dem gleichen also sprich der lack möchte nicht gerne sich mit dem lack festhalten sondern der lack möchte sich gerne mit einem härter festhalten und wenn sich das dann so millionenfach weiter verbindet und eine million härter freunde sind da und eine million lack freunde sind da dann ist das eine gute mischung wenn aber nur eine million lack freunde da sind und 500.000 härter freunde da sind dann gibt es nicht so eine gute mischung das heißt also ihr müsst immer genau aufpassen und zum beispiel wie hier abwiegen oder einfach beide komponenten zusammenbringen dann seid ihr auf der sicheren seite dann ist das richtige mischungsverhältnis eingehalten wichtig ist dann noch wenn ihr das zusammengebracht habt dass es dann ein bisschen rumchillt das heißt also erst mal mischen nicht trinken nicht in die augen rein klappen nee 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 einfach nur entweder in ein gefäß wie hier dieses leckere konfitüre glas oder das muss auch vorher sauber sein oder ihr kippt einfach den härter mit zu dem basis lack dann ist zwar das dinge rand voll und ihr müsst ein bisschen vorsichtig rühren aber es funktioniert aber ich habe jetzt die 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 möglichkeit gesehen ich mache erst mal zwei vorne zwei hinten weil ich habe jetzt ich stehe in der schräge und ich habe nicht die zeit oder die muße alle vier bremssättel auf einmal zu machen dann mische ich mir das halb und halb das heißt also die hälfte härter die hälfte lack dann habt ihr das richtige mischungsverhältnis bekommen und könnt das dann mit dem mitgelieferten spachtel unterrühren nach dem unterrühren muss das noch ein bisschen chillen die die komponenten müssen dann sozusagen sich kennenlernen das heißt also fünf bis zehn minuten müsst ihr vorreifen lassen und wenn ihnen die vorreifung dann ist so zehn minuten dann haben die freundschaft geschlossen haben die sagt ja gut wir können hier zusammen gehen und so ist alles gut dann könnt ihr zum lackieren kommen das heißt also der bremssattellack ist mit dem feinhaarpinsel in einer dünnen gleichmäßigen farbschicht aufzutragen nach einer kurzen wartezeit von circa 15 minuten wird eine zweite schicht aufgetragen ihr solltet vorher alle komponenten die ihr nicht lackieren wollt abkleben mit zum beispiel kreppband oder tesa oder isolierband oder was auch immer ihr könnt natürlich auch den bremssattel abbauen und dann braucht ihr nichts abkleben außer die löcher die zurückbleiben wenn ihr es abgebaut habt ihr müsst natürlich dann auch wieder zu kleben oder ihr macht es einfach free handet ohne dass sie irgendwo dran kommt wo er keinen lack sehen wollt oder wo kein lack hin darf denn an der bremse sind auch schon ein paar komponenten die dürfen nicht ein lackiert werden so nach 15 minuten gibt es die zweite schicht die zweite schicht also die erste schicht war schön einfach mit pinsel drauf streichen die zweite schicht da solltet ihr versuchen zu tupfen einfach drauf tupfen hier sieht man das jetzt gerade sehr schön wie der lack ein bisschen verläuft und jetzt gibt es keine streifen mehr sondern eine homogene schicht bleibt zurück die dann ein wirklich ansehnliches lackiertes oberflächlich hinbekommt das ist jetzt nicht hochglanz wie bei eurem lack außerhalb des autos aber ich finde es lässt sich absolut sehen so dann sind wir fertig mit der zweiten schicht und wir können wieder chillen der lack ist nach circa zwei stunden so weit ausgeertet dass die dass die räder wieder montiert werden können das fahrzeug sollte allerdings trotzdem für den zeitraum von 24 stunden nicht bewegt werden um die beansprungung nicht zu übertreiben seine enthärte erreichte lag nach circa sieben tagen fertig cool vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal